Liebe Freunde der Ziehharmonika, das ist wieder einmal der Zirchdoktor. Heute habe ich mir das Thema Ziehharmonika-Rucksäcke vorgenommen, dass wir einmal kurz darüber sprechen. Es gibt sehr viele Artikel und sehr viele Produkte im Internet von 50 bis 200 Euro circa und man wird oft gefragt, naja, was soll ich da kaufen, was ist da vernünftig, was ist nicht vernünftig. Dazu müssen wir uns mal die Frage stellen, warum überhaupt ein Ziehharmonika-Rucksack? Naja, weil er natürlich dazu da ist, das Instrument viel angenehmer zu transportieren als wie ein Ziehharmonika-Koffer, der ja sich wirklich nach einigen hundert Metern sehr anhängt, wenn man mal vom Parkplatz in der Wirtschaft oder in der Musikschule besser noch geht. Und für Kinder ist das besonders mühsam, so ein Koffer da umzuzahlen, wie man bei uns sagt, und es ist vielleicht doch sehr praktisch, einen Ziehharmonika-Rucksack sich zuzulegen, zumindest als Alternative auch neben dem Koffer. Ich habe mir halt einmal vier Produkte vorgenommen und möchte euch die ganz kurz erklären. Beginnen wir mit dem 50 Euro Teil, das ist mehr oder weniger eigentlich eher so eine Haut als wie ein Rucksack, sehr schlecht gefüttert, die Reißverschlüsse auch nicht besonders grob verzahnt, so dass sie eigentlich eher wahrscheinlich dann einmal den Geist aufgeben werden. Das sind nicht wirklich Riemen gepolstert, das ist einfach nur, ja, da angenäht halt. Ich würde dieses Teil maximal als Staubschutz hernehmen, wenn man sagt, man möchte das Instrument nicht in den Koffer, sondern irgendwo im Raum deponieren, kann man das gerne machen. Oder vielleicht seine Skischuhe über den Sommer da drin verstauen, damit sie nicht verstauben. Aber für mehr taugt dieses Teil nicht. 50 Euro, ehrlich gesagt, umsonst ausgeben, wenn man sich so etwas kauft. Das nächste Teil, das zeige ich euch gleich, kostet schon 100 Euro, ist auch sehr viel besser gemacht, ums Doppelte besser gemacht, muss man sagen. Dieses Teil gibt es in ähnlichen Versionen von zwei italienischen Firmen. Das ist zum Beispiel das Teil von einer tschechischen Firma. War nicht so schlecht gemacht, haben wir schon eine Fütterung von 15 Millimeter Schaumstoff. Wir haben vom Tragesystem ein Reißverschluss schonendes Tragesystem, weil diese zwei Gurten mit den Schnäuen verhindern, dass der Reißverschluss, der da praktisch den Rucksack zumacht, schont. Weil wenn wir meistens, wie wir alle das machen, mit einem Riemen den Rucksack rüberhängen, dann haben wir natürlich einen ziemlichen Verzug auf dem Rucksack und diese zwei Riemen schonen dann praktisch den Reißverschluss definitiv. So, warum fällt einem noch gut eigentlich? Weil vorne die Klappe, weil diese Dinge sind meistens so zu öffnen, dass sie von vorn komplett zu öffnen sind und man dann die Ziehmoniker reinstellen kann. Diese Klappe da ist noch ein bisschen versteift, vermutlich einmal mit dem Kunststoff oder auch mit einem Lederfasermaterial, so dass das auch stabil bleibt, also dass er auch stabil stehen bleibt und nicht in sich zusammenfällt. Es ist ein kleines Tascherl von, wo man mindestens eine DIN A5 Mappe reinbringt oder irgendwelchen anderen Utensilien-Kram. Von den Riemen ist er schon sehr gut gepolstert. Es ist so, dass da eine Polsterung angebracht ist. Das macht das Ganze auch angenehmer. Wenn man diese Riemen nicht braucht, macht man das mit der Lasche dazu. Dann kann man aber ein bisschen einen Rucksack wie eine Tasche mit den beiden Trageriemen transportieren. Finde ich prinzipiell einmal das Minimum an Schutz und Minimum an Qualität, die man bei einer Ziehharmoniker oder beim Ziehharmoniker-Rucksack anwenden soll. 100 Euro ist in Ordnung. Ich möchte euch noch ein anderes Teil zeigen. Das ist von der Firma Mona. Ist in Wirklichkeit ein Akkordeon-Rucksack für 96-wässiges Akkordeon. Also wie Sie jetzt waren das laut der Vierreihe-Rucksäcke. Da geht auch eine Vierreihe Ziehharmoniker rein. Warum zeige ich euch den Rucksack? Erstens einmal ist er gut verarbeitet. Das Obermaterial ist wirklich eine Art Segelleine. Wasserabweisend. Ist gut gemacht. Hat auch das Tagessystem. Reißversuch schonend. Geht auch die Klappe komplett auf. Hat auch nicht so massiv gepolsterte Riemen. Aber immerhin auch gut. Super da angenäht. Noch sechs oder sieben Mal vernietet, damit es sich wirklich nicht lösen kann. Aber der Hauptgrund ist der, er ist sehr schmal gebaut. Und für jeden, der mit dem Flugzeug einmal wohin fliegen möchte und die Ziehharmoniker mitnimmt, sowieso nie als Gepäck aufgeben, als Koffergebäck, sondern als Handgebäck. Und in diesem Rucksack kriegt ihr jede Vierreihe Harmoniker ins Gepäckfach oberhalb der Sitze im Flugzeug rein. In jeden noch so kleinen Scheißer geht das Ding rein. Und das ist wirklich, ich habe es selber probiert, das funktioniert. Die anderen Rucksäcke sind oft einmal zu. Tragen zu dick auf. Und da geht es sich wirklich um das Eizerl da nicht aus, dass man die Klappe zubringt. Und dann hat man einfach ein Problem im Flieger. Also der ist super, kostet ca. 140 Euro. Kann ich nur empfehlen. Das nächste Teil. Ein deutsches Fabrikat. Das ist der Harmoniker Rucksack von der Firma Soundware Dingbad in Deutschland, Erlangen. Er kostet 207 Euro. Was wirklich nicht wenig Geld ist. Aber nicht umsonst gibt es Firmen wie Strasser und Oellerer, die diesen Rucksack bei ihren Produkten mitverkaufen. Weil sie auch wissen, dass die wirklich ganz schwer in Ordnung sind. Super gefüttert. Also wir haben schon eine 20mm Polsterung im Materialbereich. Und natürlich auch wieder Zugentlastung beim Reißverschluss. Und eben noch dieses Klappensystem, das natürlich den Reißverschluss da auch wieder vor einer Nässe schützt. Ich muss sagen, ganz wichtig, was keiner der anderen Rucksäcke auf dem Markt hat. Also ich wüsste das nicht. Reflektierende Rückseite. Das heißt, er hat in der Nacht die Funktion, dass ihr besser gesehen werdet. Und naja, ist für die Sicherheitschance sehr gut. Die zwei Taschen, genau wollte ich nur sagen, die zwei Taschen sind so groß, dass man auch die in eine 4-Mappe reinbringt. Und auf der hinteren Tasche ist dann nochmal Platz für andere Dinge. Mit diesem Rucksack könntet ihr z.B. in einem Flieger, habt ihr keine Chance, dass ihr das ins Gepäckfach reinkriegt. Die Riemen sind massivst gepolstert, trauen sich wirklich gut. Mit dem könnt ihr auf ein Alm aufgehen und ihr werdet jetzt kein Problem haben mit dem Rücken, weil der wirklich gut gemacht ist. Ja, er kostet 207 Euro, aber er ist einfach der Beste, man muss das so sagen. Und ich glaube, wer 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Euro oder mehr für ein Instrument ausgibt, sollte wirklich einen guten Rucksack kaufen. Sie halten wirklich lange. Ich bin jetzt auch schon seit 15 Jahren selbstständig. Ich habe noch nie einen Rucksack zurückgekriegt, wo irgendwas kaputt gewesen war. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen geschäftlich, was ich sage. Aber es ist einfach, es zahlt sich aus. Und selbst wenn ihr Ziehharmonikas habt und dann später einmal verkauft, den Rucksack, den gehalt ich mir einfach und verkauft die Ziehharmonika mit dem Koffer. Aber das ist wirklich ein super Teil. Es lohnt sich. Und es macht einfach Spaß, den Harmonika Rucksack auch zu tragen. Soweit ein paar Informationen. Ich weiß, es ist natürlich zum Teil auch alles subjektiv und geschäftlich. Natürlich kann man das in jede Richtung auslegen, wie man will. Ich bin der Meinung, dass das nicht so schlecht ist, wenn man sich ein gutes Teil kauft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Frühling und eine schöne Mainzeit. Und spürt's viel. Pfiat euch!